Playtravel ist eine Buchungsplattform für die Familien, die gerne mit den Kindern verreisen und nach Erlebnissen und Aktivitäten suchen. Wir bieten auf einer Webseite verschiedene Angebote für Familien, die man ganz einfach finden, vergleichen und buchen kann. Eigentlich gibt keine zentrale Plattform, wo man solche Angebote finden kann. Also die großen globalen Plattformen bieten wenig Aktivitäten für Kinder und die kleineren Lokalen sind eigentlich auf lokale Sprache normalerweise verfügbar, was macht das schwer für die reisende Familie. Was unterscheidet uns auch von den anderen ist, dass wir wollen die Kinder in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Und wie machen wir das? Wir haben so ein Matching Tool entwickelt und mit diesem Matching Tool können die Kinder spielerisch die Vielfalt von Angeboten eingrenzen und ganz einfach schnell Entscheidungen treffen. Unsere Anbieter, unsere Partner auf unserer Plattform werden verschiedene Museen sein, Freizeitparken, Tourguides, aber auch Schnitzeljagden und verschiedene Kinderaktivitäten. Und wir machen auch unsere eigene Erlebnisse für die Kinder. So haben wir bereits drei Schnitzeljagden erstellt für verschiedene Städte in fünf Sprachen jeweils und in gedruckter und digitaler Form. Das ist wie gesagt eine gedruckte Form, gibt es auch digital. Die Kinder finden eine Karte, die orientieren sich entlang dieser Route und finden verschiedene Rätselkarten hier, finden die richtigen Buchstaben und lösen den Schlusswort und am Ende bekommen wir ein Geschenk.